Willkommen Leute zur nächsten Folge von One vs. One, heute wieder mit Streetmaster, hallo. Hallo. Ja, und wir fangen auch gleich mal an. Mal schauen, was das heute wird. So. Auf einer altbekannten Map wieder hier. Mit dem komischen Fluster. Erinnert mich ein bisschen an Clash Royale. Vielleicht ist es daran wirklich angelehnt. Oh. Ah, shit. Ich hab ein Projekt so insoliert. So. Und aufnahme. Okay. Oh. Ah, shit. Erstmal runterfallen. Oh, shit. Ah, krieg ich dich? Nein. Ah. Na, war wieder knapp. Sehr knapp. So. Ah, wieder hier. Oh, shit. Hm. Ich glaub, da war's unsichtbar bei mir grad. Echt? Ich glaub schon. Lol. Ich hab die gar nicht gesehen. Hm. Ich weiß nicht. Ich glaub, ich hatte sowas auch mal. Ganz früher. Oh. Scheiße. Hm. So. Ah, wo ist das jetzt hier? Ach, das ist wieder die neue Map, oder? Jo. Oder ne andere? Hm, keine Ahnung. Boot. Bootsmap. Jo. So ein Hafen. Bootsmap. Ah. Ja, weil du den ersten Hit hattest. Der noncritical. Genau. Boah. Wieso geht das nicht? Boah. Das ist schon öfter so gewesen. Die wäre halt auch schon alt hier. Hm. Oh, neinhalb. Okay. Ah, ich war jetzt ein bisschen in AFK kurz. Hey. So. Geht schon wieder nicht. Mal schauen. Ich esse mal irgendwie nie den Apfel. Ach, man kann hier sogar ernten. Ja. Lull. Kann man sich Brot kraften. Man kann auch das Wasser anzünden. Kann man das abbauen? Ich denke mal schon, ne? Eigentlich schon. Kann man hier irgendwie ein Survival-Projekt starten? Hab ich mal gemacht, in 2015. Ja. Hab ich mal so ein Haus gebaut. Ahaha. Ja, geil. Ich glaube, da hab ich mit Monkex noch nicht gespielt. Ja, ach so, ja stimmt. Dann war der ungestört. Welche Folge war das? Weiß nicht. Ich glaube, das ist zu privat. Einfach so. Ach so. Hm. Dafür hast du ja immer mit Monkex aufgenommen, ne? Ja. Ja, dafür ist eins gegen eins auch da. Zum Häuser bauen. Genau. Oh. Yo. Halbes Herz. Das war richtig knapp. Das war nur wegen Critical. Sonst wäre ich down gewesen. So. Ist auch so ein bisschen hier wie Clash Royale. Nur ziemlich eng. Ich finde es irgendwie ein bisschen blöd, dass... ...dass manche Maps so klein sind und manche sind so richtig groß. Da findet man sich gar nicht, teilweise. Wie die Haufen-Map, ne? Hm. So. Ah. Ja, kann man keine Blöcke setzen auf Barriers. Deswegen ist es wahrscheinlich so gemacht. Oh. Das ist wie Wasser wirkt, sozusagen. Das war jetzt so ein richtig smoother Übergang. Bei mir. Aber gut, ne, das liegt auch an meinem Bildschirm. Das ist auch Windows 10 schuld. Dass teilweise das Bild nochmal verdunkelt wird, wenn gerade dunkle Farben angezeigt werden, sozusagen. Das ist eigentlich richtig dumm. Also Windows 10 hat echt so viele Nachteile. Das merkt man halt alles erst mit der Zeit. Spielt mehr Sub-PVP hier. Von Bassi GHG. Das ist doch Leute. Die hätten ja eigentlich die Schilder mal zurücksetzen müssen. Weil da steht irgendwo auch Werbung für irgendeinen Kanal. Also du hast heute auf jeden Fall die Oberhand. Und dann die Folge beenden. Äh, ja, können wir machen. Ich würde sagen, ein Kampf geht noch, oder? Jo. Gut. So. Erstmal eine Feuerwand setzen. Mach ruhig dein Feuerzeug leer. Du kommst nicht durch. Na klar. So. Alles abbauen mit dem Efficiency-Feuerzeug. Richtig krass jetzt hier. Ah, jetzt habe ich dich ein bisschen gecomboot. Oh. Ah, shit. Naja. Gut, dann würde ich sagen, wäre es das gewesen von dieser Folge One vs. One. Schaut bei Streetmaster vorbei. Lasst dort ein Abo da. Und ja, dann tschüss. Tschüss.